Richard traf ich auf der Straße, Bücher kramte er im Wühltisch. Seine Augen waren jung und zaufrisch, doch den Krückstock brauchte er, und sein Atem ging sehr schwer. Hielten ihn den Bertolt Brecht, meinte knapp, er hätte recht. Richard stand da auf der Straße klar, man sieht er war fast siebzig, doch in seinem Kopf da lebte es. Kannten uns grad nur Minuten, ich war eilig, musste weiter. Richards Worte waren klar, er erzählte, was er sah. Richard fuchtelt auf der Straße rum und droht mit seiner Krücke, da ich spür zu ihm die Brücke. Herrlich, wie der alte Mann noch mit Wut umgehen kann. Er benennt die großen Lügen, Arbeit, Kriege und den Frieden. Richard haut sich auf der Straße mit der flachen Hand die Stirne. Mensch, ich kriege jetzt an ne Birne. Jeder weiß in meinem Alter, dass sie Menschenjäger, Sklavenhalter. Nur das Gleiche immer wieder. Nur Menschen machen Menschen nieder. Richard keucht schwer auf der Straße. Steinstaub hängt in seiner Lunge. Millionen Menschen, verstehst du Junge? Haben sie einfach umgebracht und das Gift heißt, Macht nur Macht. Arbeitslos, das ist ihr Knebel. Wenn wir schreien, sind wir der Pöbel. Richard leidet auf der Straße, stirbt millionenfach für dich mit. Er will leben, weil er Krieg sieht. Herrlich, wie der alte Mann für den Frieden streiten kann. Auf der Straße haben wir entschieden. Wir wollen Frieden, nichts als Frieden. Wir wollen Frieden, nichts als Frieden. Er will leben, weil er Krieg sieht. Er will leben, weil er Krieg sieht. Herrlich, wie der alte Mann für den Frieden streiten kann. Auf der Straße haben wir entschieden. Wir wollen Frieden, nichts als Frieden. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020